Ich bin auf Platz 2, der letzte Wege ist natürlich vor mir. Ich bin Platz 16. Scheiße. Hallo, willkommen und herzlich zurück bei Planet Z2. Heute mit No Risk No Fun zusammen. Ein Together, Kleines. Hi. Sehr gesprächig. Ähm, ja, wir sind mal auf Esamir und versuchen hier die Station zu verteidigen um Yamir. Und, ja. Ich brauch deine Hilfe hier, hier sind wieder ganz viele von denen. Äh, ich komm gleich rüber. Eastern Way. Ich versuche hier noch ganz kurz den Punkt zu drehen, da irgendwie zwei oder drei übenden Punkt drinstehen und sich verkämmt haben. Oh, oh. Oh Gott, scheiße. Mal gucken, ob ich dein Ding heute auch umsetzen kann. Deine Tipps. Ja gut. Sie haben einen Punkt jetzt eingenommen. Warte, ich komme wieder nicht zu dir rüber. Ganz gut, Speed. Ah, verdammt, jetzt bin ich tot. Ah, ADAC, also dein Lieblings-Vanus-Quad-Outfit ist hier. Ich hab den Level 100, hab ich eben auch mal weggemacht. Ja, okay. Mein ADAC wär extrem gut, aber es geht eigentlich. Ja. Gut, sind ein paar Hunde da hier. Dann wird das richtig interessant. So, das Ding hab ich dir, ähm, soll ich dir jetzt zurückgegeben? Äh, äh, cool, ich peale jetzt mal, wer als nächstes stirbt, kriegt dann... Den, äh... Ich glaube, Maxen stehen auch drin, da würde ich mal aufpassen dann. Ja, eine ist auf jeden Fall da. Und die Lip ist immer noch in der Nähe. Ja, der Weg ist egal, der 100er. Äh, hat er jetzt sich, Ding, hat er jetzt genug auf die Fresse bekommen von uns? Ja, die Lip zieht wenigstens endlich ab. Hm. Shit. Komm als Medic. Erstmal C4 platzieren und dann gucken, ob ich den... Ah, ich will mal aufpassen auf die Liberator der Setsche wieder an. Ja, ja, ich bin aber im Haus unten drin, da geht's noch. Ich versuche hier gerade ein paar anzulocken. Die Max am besten. Ja, komm Maxi, komm, 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 komm zum Papa. Der Panzerkiller angeschossen. Wer wird danach gekillt, der Hunderte wieder. Ja, die ist jetzt abgehauen, die Max. Feigling. Ich hab mir zwei Magazine reingedrückt, aber das macht ja bei einer Max nicht so arg viel Schaden auf die Entfernung. Ja, das ist das Problem. Ich würde mir gerne wissen... Ah, ist das noch ein Sky-Arts-Unterstützung-Guide? Schwierig. Ja, die war eben schon mal... Ja, die Lip kommt zurück, Vorsicht. Ja, hab's gemerkt. Die Max ist auch wieder da. Der soll jetzt endlich hier hochkommen, zu mir. Kommt doch mal rüber, Mensch. Denkst du, der kommt jetzt mal zu mir her durch die Tür? Ah, jetzt kommt er. Oh, fuck. Nein, 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 weg, 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 weg. Hoffen wir, dass du das überlebst. Ich spiel grad Fang mit der Max. Ah, Gott, jetzt nicht mehr. Der Hunderte verkämpt sich in seiner Wand. Oh, Mist. Ich hab C4 in den Weg gelegt, aber zu spät gezündet. Schade. Wenn du wartest, kann ich dich vielleicht wiederbeleben. Ja, ich bin schon. Dann steht noch dein C4 da. Okay, ja. Bin schon durch. Glaub, ich zieh mir mal ne Fliege Max. Dann nehm ich Inchi und dann rätze ich dich die ganze Zeit. Okay. Warte, ich komm rüber. Dann mach mal Combo. Nachrüsten. Bisschen lecky, aber sonst. So, können. Ganz wichtiges Problem, was sie haben, die ziehen extrem hoch, die Liberatoren, also da. Ja, aber die Skye kann schon ein bisschen vertreiben dann. Komm, komm, komm. Ah, schade. Ich hab den Muni hingeschmissen. Okay. Aber jetzt kommen zwei Liberatoren. Jetzt ist es anstrengend. Ah, und hinter uns noch dann die Fußtrottel-Daten. Die Fußtrottel-Daten sind ja nicht so schlimm. Ja, die Liberatoren. Ah, schade. Oh, was? Ich bin innerhalb vom Schutzschildenkrieg... Ah, C4. Egal. Genau, hat er dich auch? Ja, beide. Ah, 1,5. Oh, heute krieg ich auch die Schnauze. Besser, was besser. Ja, auf jeden Fall. Ah, warte ich... Ne, ich brauch erstmal einen Sani, um dich zu beleben und dann einen Inji, um dich wieder zu... Gute, ich hab halt Autorepairt. Und Rappi hier eine gewisse Zeit auch selber schlafen. Ja, jetzt bist du weg. Ah, schade. Shit. War Gewass nehmen wir jetzt, weil... Ich glaub ich werfe eine Rauchgranate raus. Ich guck mal von der anderen Seite. Jetzt raus. Hoppa. Wir müssen dann bei uns in den Häusern da aufhalten. Nur ein bisschen wegen den scheiß Lips. Ah gut, die sind grad abgezogen. Jetzt sind nur noch die Fußholt... Ah ne, da kommt die Skyt wieder. Drecksviech. Wir können immer noch schaffen. Amtabell gesprungen. Ja, ja, sie zum Reden. Ah, hinter mir der Weg, also wieder nie sind. Noob. Hab ihn. Gott. Ah, die dominieren Grad. Nexys 97er. Mit heftiger Fahrt. Ich bin auf Platz 2 in der Liste. Vega ist natürlich vor mir. Ah, ich bin Platz... ...16. Hahaha, scheiße. Ja. Ja, komm. Mach 1-2-Kritte bis da an der Liste. Die scheiß Lipp ist schon wieder unterwegs und die Skyt hat auch wieder hier. Haben schön ihre Punkte da. Fett am rumbiefen. Fack mich echt, da steht einer. Da kommt wieder einer rein, einer kommt rein. Ich bin tot wieder. Da steht ein eigener drin, schießt nicht auf den und dann bleibt einfach nur ganz gechilderte Ecke stehen und dann schießt auf mich mit. Ah, oh man! Der 100er? Ja. Na doch, wie? Oh fuck, geh auf. Aber Spawn Beacon gesetzt. Habt ihr ihn? Ja, glaubt man habt ihn jetzt. Ah, hab mir nen Kommi geholt. Das war's mir wert, zu sterben. Na klar, wir verlieren das, glaub ich. Hörten's mir dann irgendwo Panzer ziehen? Ah, hm. Wir haben noch die Dingleiter verloren. Ja, klar. Fast. Jetzt kommen die Maxen wieder mit. Hat man fast keine Chance bekommen. Ich soll nicht scopen. Ach, 8,1. Shit. 1,0. 0,125. KD. Wird noch besser. Ich hoff's. Ja, wirklich. Gut, einmal können wir noch. Ich guck. Ich zieh mir in SkyGuard und mach wenigstens Anstandskill die Ding weg. Ja, ich hab's vom VORPunkt gemacht, weil damit steh ich ein bisschen safe habe. Ich bin ziemlich nur zu schnell. So. Ding hab ich. Jetzt gucken wo die SkyGuard ist. Ja. Geht. Ich reparate auch gleich. Ah, da hüben. Ah komm, stopp. Ah, kriegen wir nicht. Schade. Ja, da komm ich mal zu dir, weil das ist immer Sky, wenn Sky... SkyGuard? Ja. Ich hab's vom VORPunkt gezogen. Naja, ich verfolge sie jetzt. Sie brennt. Ah, wir haben auf den Punkt gekämpft, das gibt's gar nicht. Die Scheiß-Ding geht nicht down. Ich glaub ich spinne. Ah, scheiß ich weiß was er hat. Brand unterdrücken, vorgelevelt. Ah, ah. Ja, ich hab jetzt fast... Ah, wir haben den Punkt zurück? Ja. Gut, dann geben wir denn mal Feuerschutz, dass die Scheiß... die noch nicht mehr kommen. Da oben kommt eine. Ah da. Er hat gleich gemerkt, dass er hier keine Chance hat. Wenn zwei ist... Äh, hinter uns, hinter uns. Sehen wir uns? Oh. Da schleicht sich einer an. Ah, der ist auf. Ah. Ah, jetzt muss ich nachladen. Shit. Da kommt nächste, hinter uns. Ah, ich repariere schnell. Ich hab markiert. Ich hab mal ein bisschen auf den Berg hoch. Liberator. Kommt zu zweit. Oh, da. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020